Ein Typ hat seine Eltern verloren, die sind in der Hölle und schmarrn. Deswegen fraß er den Kühlschrank leer, denn die Trennung war ziemlich schwer. Seine Frau kam rasch nach Haus und dachte, sie wird ausgeräumt. Der Typ läuft mit dem Messer herum, stolpert und bringt sie aus Versehen um. Der Typ trank Alkohol und war danach ziemlich hohl. Dann stieg er in sein Auto ein und fuhr danach aus Versehen in den Rhein.